Jetzt liegt sie bei 2,9. Wenn Sie jetzt also adhieren, 4,1 und 2,9, dann kommen Sie auf 7 Milliarden Euro hinaus. Ich möchte aber auch ganz was Wichtiges betonen. Diese 4,1 für Stuttgart 21, also von Feuerbach bis Wendlingen, ist eine politische Zahl. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Projekte durch Inflation oder so ohnehin dann auch immer noch teurer werden. Das würde ja nebenbei auch für unsere Alternative K21 auch gelten. Die würde selbstverständlich durch Inflation auch teurer werden. Da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Aber Herr Krube, als er ins Amt kam letztes Jahr, Ende des Jahres, hat seinen Experten angewiesen, nochmal ganz genau nachzurechnen, ob die Zahlen von Herrn Medorn stimmen. Und sie sahen, sie stimmten bei weitem nicht. Und er kam dann im ersten Rechengang auf 4,9 Milliarden Euro. Und er hatte vorher, warum dann vorher schon, eine Sollbruchstelle definiert bei 4,5 Milliarden. Wäre für ihn schlüsseldürstig, dann würde er die Bücher zumachen und das Projekt beerdigen. Genauso wie sein Vorvorgänger, Herr Ludwig. Und das durfte er auch offenbar nicht sein. Ich kann nur mutmaßen, was da hinter den Kulissen vorgegangen ist. Aus meiner Bürgersicht fühlt sich das Ganze nicht sauber an. Denn es wurde dann nochmal nachgerechnet und anschließend plötzlich kostete die gleiche Strecke 4,1 Milliarden. Und die Begründung, die geliefert wurde, war zum einen, hat Herr Probe oder seine Ingenieure oder Betriebswirte, keine Ahnung, wer da wirklich gerechnet hat, die haben beschlossen, die Tunnelwandstärken zu halbieren. Das ist ein ziemlich einmaliger Vorgang, wenn Sie wissen, dass dieses Projekt überwiegend aus Tunnels besteht. Und diese Tunnels großenteils durch äußerst problematisches Gestein führen. Diese berühmte Angriff, ich nehme an, Sie kennen alle die Geschichte vom schaufenden Preisbau, was dort passiert, dass da so ein Gestein, wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, quält das in Volumen auf von 50 Prozent und hebt dann einen ganzen Ortskerl nach oben. Also, das ist ein hochkomplexes Trillprojekt. Jetzt haben wir ein bisschen Faden verloren. Das Spargelwandstärken. Ja, genau, das Spargelwandstärken. Nun, ausgerechnet in solch schwierigen biologischen Schichten zu halbieren, ist ein gewagtes Manöver. Er hat aber dadurch auf einen Schlag 400 Millionen Euro auf dem Papier eingespart. Der weitere 400 Millionen hat er eingespart und nicht mehr definierte Posten. Die hat er bis heute nicht aufgeschlossen. So, und jetzt müssen wir noch wissen, Entschuldigung, ich bin nicht so lange, ich rede jetzt noch ein Stück. Das Projekt wurde dann auf Basis dieser Einsparungen offiziell gestartet. Und wenn man nachfragt, stellt man fest, dass das Eisenbahnbundesamt, bei dem diese Tunnelwandstärkehalvierung beantragt und gelenigt werden muss, dass es dort noch bis heute nicht mal beantragt ist. Das heißt, man hat ein Rechenkunststück auf dem Papier hingezaubert und gesagt, jetzt stimmt's, jetzt passt die Zahl, jetzt liegt sie unter 4,5 Milliarden, jetzt können wir starten. Und die Politik hat gerade zu bezahlen. Und das finden wir Bürger hier in Stuttgart skandalös, absolut skandalös. Auch mit Blick auf die Sicherheit natürlich im zukünftigen Verkehr, würden ja dann alle Passagiere sein in diesen Tunnels. Und was ich am Anfang nebenbei, wenn ich das noch als Restes anmerken darf, Herr Krobe hat sich erfreistet, seine eigenen Eisenbahningenieure in seinem eigenen Haus zu beleidigen. In der Stuttgarter Zeitung, ich kann Ihnen das Tagesdatum jetzt nicht mehr nennen, aber ich könnte die raussuchen in meinem Archiv, war die Überschrift, wir bauen Tunnels und keine Bunker. Zitat von Herrn Krobe. Er hat praktisch seine eigenen Eisenbahningenieuren, die er ererbt hat von Herrn Melon, die seit Jahren und Jahrzehnten bei der DB gute Arbeit leisten, denen hat er unterstellt, in aller Öffentlichkeit, dass sie jahrelang unnötig dicke Tunnelwindel geplant und prospektiert haben und ihnen dann in aller Öffentlichkeit vorgeworden, sie seien Verrückte, die Bunkeranlagen konstruieren, anstatt einen Verkehrstuhl. Wenn ich Eisenbahningenieur gewesen wäre, weil der Bahn und mein eigener Oberster Chef würde mich in aller Öffentlichkeit so vorführen, ich hätte gekündigt. Also ich finde es ein Haus. Gut, vielen Dank, Herr Geburt. Gleiche Frage und vielleicht auch um ein Statement von Ihnen, Herr Dr. Rüge, zu den Kosten. Und gerade zu dieser Randschwerke, der generellen Lösung, war mir bisher in der öffentlichen Diskussion so nicht bekannt. Vielen Dank, Herr Dr. Rüge, das fordern Sie. Zunächst ist es richtig, dass wir momentan, so wie es dargestellt wurde, für die beiden Teile von Stuttgart 21 von Gesamtkosten in Höhe von etwa 7 Milliarden ausgehen, 2,1 Milliarden für die Neubaustrecke Stuttgart-Rülm-Wendlingen und 4,1 Milliarden für das Projekt Stuttgart 21 im engeren Sinn, wobei man deutlich machen muss, 500 Millionen etwa dafür für den neuen Tiefbahnhof. Wird ja manchmal in der öffentlichen Diskussion so getan, da wird in Stuttgart nicht der Bahnhof tiefer gelegt, sondern das kostet 7 Milliarden, das kostet etwa 500 Millionen oder etwa 3,6 Milliarden für das Tunnelsystem beziehungsweise für die Rassenanbieter. Das ist das, was wir planen. Niemand kann garantieren, dass es dabei bleibt, aber es ist natürlich völlig klar, dass alles andere unverantwortlich wäre als eine solide Planung und auch eine Planung, die Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Ich will jetzt über das, was da gesagt wurde, so offensichtlich zu dünnen Tunneln gar nicht in einzelnen Stellung nehmen. Es ranken sich ja viele Legenden um dieses Projekt. Beispielsweise war in der letzten Woche im Stern zu lesen, der Tunnel sei so schmal geplant, dass der Zug da nicht durchkommt und solche Dinge. Also Sie können nur mit sich herausgehen, dass so einfach die Dinge nicht liegen. Und es wurde auch, es wurde angebrochen von Frei Otto, einem ehemaligen Architekten, der im Streit aus dem Projekt im vergangenen Jahr ausgeschieden ist, behauptet, das Gestein sei so, wo das Mineralwasser oder die Quillen und dann würde der Tiefbahnhof für ein U-Boot nach oben aufsteigen. Da muss man sich dann die Frage stellen, warum dann die U- und S-Bahn-Systeme, diese Schächte in Stuttgart, die vom Hauptbahnhof her in Richtung zu den Mineralfehler zu Geuzebad, beispielsweise in Richtung Wilhelmaffen, die tiefer liegen als der geplante Tiefbahnhof, warum das bisher noch nicht nach oben gestiegen ist. Aber wie gesagt, es gibt da viele Legenden. Ich will jetzt aber Ihre Frage beantworten. Eingangs ging es um die Frage, was bedeutet das für den ländlichen Raum oder für das Landbahn-Württemberg im Einzelnen. Von den veranschlagten 7 Milliarden beteiligt sich das Landbahn-Württemberg maximal mit 1,7 Milliarden. Das ist das, was uns aus dem Landeshaushalt dieses Projekt wert ist. Der Löwenanteil kommt vom Bund, von der Bahn, der Stadt Stuttgart, der Region Stuttgart. Also etwa 5 bis 5,5 Milliarden, die wir im Wesentlichen als Zuschüsse ins Landbahn-Württemberg bekämen und die natürlich auch zweckgebunden sind. Und insofern wäre die Alternative für diese mehr als 5 Milliarden nicht, dass es im ländlichen Raum beispielsweise für die Sanierung einer Halle im Zentrumat verwendet würde, sondern es würde eben ein Infrastrukturprojekt in einem anderen Bundesland dann mit diesen Mitteln bezuschusst, wenn wir Stuttgart 21 nicht durchführen würden. Also das heißt, wenn ich jetzt Ihren letzten Satz aufbreite, wenn wir in Bahn-Württemberg zu dem Ergebnis kämen, wir machen Stuttgart 21 nicht, wir haben möglicherweise die anderen Bundesländer sehr erfreut, weil dann die Mittelumschichtungen erfolgen an andere Bundesländer. Genau, das sagen ja meine Kollegen aus anderen Bundesländern. Ja, die Wort. Darf ich mal grundsätzlich fragen, Herr Kleiner, ich bekenne, es ist meine erste Podiumsdiskussion in meinem Leben, ich bin also nur Vize, erlauben Sie, dass man direkt gegenfragt? Ganz klar, bitte sehr, also vielleicht noch zu meiner Person, ich bin parteiunabhängig, ich will eine neutrale Rolle einnehmen, ich versuche natürlich, dass auch die Bürger so viel wie möglich an Wissen mitnehmen wollen, und was mich natürlich auch spannend interessiert, gerade vielleicht meine nächste Frage, können Sie dann vielleicht auch gleich darauf eingehen, Stuttgart ist, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Stuttgart als Landeshauptstadt ist ja wahrscheinlich, so ist mein Empfinden, verkehrlich nicht optimal angekunden, mit dem Kopfbahnhof, mit dem Sackbahnhof. Wir haben in der politischen Diskussion auch schon gehört, Leipzig, da hat man gerade diese Kopfbahnhöfe abgeändert, das ist ja dieses Thema, und wenn wir von Deutschland reden als Wirtschaftsnation, dann brauchen wir ja auch schnelle Verkehrsanbindungen, das würde mich mal interessieren, was bringt Stuttgart 21, gerade auch die Verkehrsanbindung, dass Sie da vielleicht auch nochmal darauf eingehen, gerade die Anbindung mit dem Flughafen, mit dem ländlichen Raum, geht es dann schneller voran, oder bleibt es bei, ich habe es glaube ich irgendwo im Spiegel gelesen, bei einer der langsamsten Strecken in Deutschland. Herr Gebert. Also ich kenne jetzt dieses Konzept nicht, wenn wir nachher nochmal auf die Folge für den ländlichen Raum zurückkommen, dann stelle ich das jetzt mal zurück und antworte jetzt mal für Ihre Frage, weil ich hätte da auch eine Ollegation für den ländlichen Raum. In Stuttgart kommt jeden Tag mehrmals der TGV aus Paris an, die ICE ist natürlich auch im Wechsel, und der Stuttgarter Kopfbahnhof ist, der ist heruntergekommen, da gibt es auch nichts zu deuten, die Bahn hat nur 15 Jahre, keine Technik mehr in diesen Bahnhof gesteckt, der ist optisch heruntergekommen und auch technisch, die Schienen, die Gleise, die Weichen sind renovierungsbedürftig, gibt es gar keine Frage, aber trotz dieses heruntergekommenen Zustands ist dieser Bahnhof letztes Jahr getestet worden, wie alle Großstadtbahnhöfe in Deutschland, und schnitt zusammen mit Leipzig auch ein Kopfbahnhof, ein modernisierter Kopfbahnhof, mit als pünktlichster Bahnhof in Deutschland ab. In meiner Augen ein ganz wichtiges Kriterium für jeden der Bahnfahrer ist, ich bin einer. Und ein wichtiges Angriffskriterium ist man wichtig, die Aufenthaltsqualität, der Komfort auf dem Bahnhof, da ist viel zu tun, ganz klar. Und unser Alternativkonzept Kopfbahnhof 21 sieht da ja auch wirklich kernige Investitionen vor, optische Aufbesserung und natürlich auch von der ganzen Reisequalität und Einkunfts- und Abfahrtsqualität. Ein Bahnhof funktioniert ja nicht nur über seine Technik, sondern der muss ja angenommen werden von den Fahrgästen, und dann spielt wirklich auch das Ambiente eine große Rolle. Und sehr viele Menschen, ich würde sagen, in Stuttgart wenigstens die absolute Mehrheit, die wollen nicht unter der Erde einkommen oder unter der Erde abfahren oder unter der Erde durchgeschossen werden, wie eine Rohrpostung, eine schöne Stadt. Also auch solche, in Anführungszeichen, weiche Faktoren spielen eine Rolle bei der Bewertung eines, der Attraktivität eines großen Bahnhofs. Das Gleisfeld wird im Moment renoviert, umgebaut, offiziell unter der Fahne Stuttgart 21. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Stuttgart 21 Seite jetzt unser Gleisfeld saniert, finde ich toll, begrüße ich. Mir wäre es natürlich lieber, Sie würden dann anschließend auch unser sonstiges Konzept weiterverfolgen, da werden dann irgendwann die Wege auseinander gehen. Aber im Moment finde ich das eine schöne Entwicklung. Dieser Bahnhof, also wie gesagt, rangiert schon ohne eine Aufküpfung, ohne eine Renovierung in der Top-Liga. Und insofern kann es also mit dem Bahnhof nicht zu tun haben. Übrigens auch nebenbei dieses Versprechen, dass ein Durchgangsbahnhof schneller wäre als ein Kopfbahnhof. Das hat vor 20 Jahren, 25 Jahren gestimmt. Damals muss man den Kopfbahnhof tatsächlich noch Logomotiven wechseln, das hat Zeit gekostet. Wer Bahn fährt und nicht den Güterzug nimmt, sondern Personenzüge, der weiß, dass seit mindestens 15, 20 Jahren jeder Zug vorne und hinten einen Führerstand hat.